Willkommen zu wieder Eurofix, ein neues Video mit dem GT. Die Folge 8, Giro, wir sind unser Haus fertig, wir haben unsere Wand hier gebaut, oh, wir haben eine Wand gebaut, wir haben unser Käfig hier, okay, war der nächste Folge, das ist alles schon. Also ich erkläre erstmal, was wir Neues haben. Katze auf mich filmen. Nacken. Ja, Lina war ein schöner Garten, das war aber dumm, wir haben ihn nicht an dem Gras angelegt, sondern einfach auf dem Sand gebaut, erkennt es nicht. Dann, wir haben die Zuckerrohr-Farm erweitert, und Tidus hat hier ein Feld gebaut, was ich jetzt gerade nicht lasche. Die Zuckerrohr-Farm geht, wie gesagt, ganz weit weg, damit ihr uns auch erkennt, wenn ihr unser Haus findet, wenn ihr bald mit spielt. Und ja, vielleicht machen wir noch kurz eine Haustour. Ja. Obwohl wir schon gesehen haben, das ist erstmal nicht egal. Ja. Mit zwei Schildern. Achso. Ich war schickend drauf. Ja. Ich glaube, du zeigst mir gleich mal die Kiste. Oh, das war ja. War extra. 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 Auch sonst war die Schilde. Ich hab das Essen für uns beiden. Ja. Also ich hab's schon mal ein bisschen sortiert. Krührafr-Farm war leistig. Mhm. Und wir haben halt auch ein bisschen DIA-Ausrüstung, die wir natürlich sparen. Und komm mal mit zur Schildkröte. Die haben wir nämlich umbenannt zu... also die haben wir benannt zu Schildi. Schildi, Schildi, Aua. Schildi, Tick, Tick, Tick. Hallo. Das sind die russischen Kranker Gangs, sein. Und er hat uns vorgeschlagen, ein Haus, keine Ahnung, wo zu bauen. Wo war das? In der Nähe vom Dorf. Ja, ja. Und wir haben... ja, wir gehen noch nicht erkundet. Deswegen werden wir... Woher haben wir die... Egal. Lass uns doch mal ausrüsten und ein Dorf suchen. Ja. Am besten nimmst du Eisrüstung. Ich nehme mal keine Russung, weil ich engst bin. Oh. Na, da habe ich gerade nicht gesagt. Ja, okay, die Rüstung ist eh kaputt, die ich gerade anhat. Schuhe? Ja, da. Du kannst ja schlicht das alles mitnehmen. Haben wir das aber gerade noch. Ach, das, Na Heide. Ja, passt. Okay. Nein. Let's go. Ich muss... Warte eben. Ja, ich mach das Zuckerroil und du kannst das Feld eben. Aber auch Neupflanzen. Na klar. Ja. Ja, die haben recht ein bisschen zum Dorf um Karotten und Kartotten zu finden und das können wir dann mal anfangen. Na klar. Na klar. Okay, ich würd sagen, wir gehen mal... Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier irgendwo... Auf ne Insel. Also, war ne Insel. Also nein. Wir müssen jetzt nochmal hier rumgehen. Ich glaub... Ich glaub sogar... Ach, lass einfach mal hier in mir gehen. Ja, von links sind wir gekörbischwommen. Ja, ist halt einfach halt. Und... Wir gehen heute live. Auf YouTube. Also... Morgen gehen wir live. Nein, 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 morgen. Ach so. Die Folge kommen wir morgen. 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 Ihr gehen morgen live. Oh, das ist so komisch. Ja, ich weiß. Oh. Ach ja, wir brauchen ein Level. Oh mein Gott, welches Level bis zu ich bin Level 14. 16. Weil dann können wir auch unsere Sachen ausrüsten, aber... Wir sind ja so dumm und kennen sich mit Minecraft aus. Ja, wie denn? Alter, komm mal raus, dunkel. Draußen ist es dunkel. Ja. Ja. Und es ist... Wahrscheinlich am Tag. Und nicht dunkel. Haha, okay, nicht los. Ist es überhaupt dunkel? Ich glaube, wir gehen einfach mal da hinten lang. Warte kurz. Was? Wir sind dumm. Warum? Wir finden das auch wieder versprochen. Ja, ja. Wenn wir Töne und Oro sind. Ja, ja. Ha, ha, ha. Aussehen. Keine Ahnung, vielleicht nicht hier an Dorf. Komm mir, woh. Beim Schaf? Was? Beim Schaf, ne? Ich will aber jetzt nicht da hingehen, weil das wird nach der Lehre. Ich glaube, wir gehen mal da an. Ah, da bist du okay. ja darüber wollen wir nicht reden wir haben halt damals schon zwei dörfer gefunden eigentlich ich glaube wir gehen einfach kommst du bist du bist du dann ganz schon wieder da bist du doch wenn wir glauben wir glauben wir finden doch wieder aus wir oder dass ich nicht schlafen gehen glaub einfach laufen ich bin ja wir finden auch wieder ich weiß ob wir dann gehen müssen dann den tut folgen wir das ist besser koordinaten ist besser ich weiß gar nicht warum haben wir das auch kurz geh auf den türen zu deinem don ich geh auf und ich sehe hier ja landschaft schreibe ich natürlich an die kommi ob das haus aus geworden ist weil wir nicht dabei kein klick ist sicher doch nein ich bin mir nicht sicher aber ich glaube ich habe da was gesehen oh gott ich bin ich verhungere was zu essen ja zwei äpfel und wenn wir irgendwann ins nether gehen ich weiß mache ich okay geht nicht die geht nicht warte hey die geht nicht also geht nicht ähm warte der kribus muss auch mal egal wir machen es irgendwann mal wir wissen wie es geht sorry für unsere dummheit wir wissen wie es geht oh das ist ganz gefährlich auch wir gehen um zu Nico doch springen nee 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 schade ich kenne berghoch nein wirst du hin geile aber schaden du bist du ich sehe dich von mir sogar da bist du weil sie schafft den sprung ja ich hab's auch geschaut jetzt kommen das war übertrieben ach warte ich hab was für dich nimm das mit gleich brauchen wir das zuckerrohr halt ist vom zucker ja sogar einfach so kann und jetzt noch wir gehen aber auch wir wollen flachladen m auch bis jetzt nicht der Satz die Künstler ich habe ein bisschen schuldig er ist ein bisschen Räume und geil ich dachte immer ein Eis das macht er ja ein ein Schande ja aber auch noch mehr ja wenn wir so ging es hält ist wie es zu hause ich weiß wie lange müssen wir haben auf der anderen seite war immer ein dorf aber ja gut es ist vielleicht ein bisschen weit weg wir gehen jetzt einfach da hast du Essen für mich? nein nicht mehr ok dann töten wir jetzt so kackes Spannend ich krieg das Essen oder du kriegst das Essen ich stell dir Geld da liegt der, hab dir gegeben hier liegt der was schon hast du jetzt egal stelle ich dann später ein zuckerrohr wo geht es denn nach? ich hätte schwirren können, ich hätte von dahin in ein Dorf gesehen wirklich ja müssen wir suchen, ne oh wir brauchen die Blumen für den Farbstoff ja, ah, das reicht ich habe einiges dazu gelernt, ich war auf einen Minecraft-Filie-Junge merkt man, ne? merkt man, ne? was war ich noch einmal? kein wunders, wir müssen die Sachen auch raten bevor du sie essen ja, ach echt jetzt kriegen wir immer weniger Leben wieder ich hätte schon ich hätte schon ich habe immer kann nicht beschleunigen zwei Kühe beides meine Miniku, den tötest du nicht lieber ja ja tötest du jeden ja hat nichts gebracht oh mein Gott, da ist dann so aus wo? hm kommst du? wo gehst du? was machst du? ich ertrinke mich, ertrinke mich nein, nein, wir gehen noch nicht nach Hause es war Spaß okay, jetzt lassen wir mal ganz schnell durch diesen Wald ok, jetzt lassen wir mal ganz schnell durch diesen Wald oh mein Gott oh mein Gott was? hier ist was seltenes ja, und was? komm her ja, die Dinger sind voll geil kannst du heftig eigentlich anfangen nein, nein, komm her hier ist ein Fuchs ich habe gerade auch einen Fuchs gesehen warte, was kriegt man, wenn man den tötet? feld, feld, feld naa, wie ist denn hier unser Dorf? ne, ich habe ihn auch nicht gemerkt opin, komm 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 ja, ich will mehr essen auf, auf, auf man, wie ist denn hier unser Dorf? der Dorf ist findet man auch nicht überall, immer direkt ok, 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 ok du musst ein bisschen schneller sein ja Die Tür ist keine Minikü... okay. Als ob hier... Ist hier nirgends weit... Oh, wo sind wir? Ich glaube, ich ertrinken kann. Cool, ertrinken! Jaaaa! Ach, hier ist das nicht so tief. Ach, hier ist es tief. Egal. Ah, ja. Äh, hast du gerade gesagt, egal? Nein. Also jetzt ist es aus. Es war so... Ja, wo bist du? Ertrinken! Hättest du das auch so gemacht? Ja, ertrink dich jetzt. Das mit der Dorfstufu war ein Fehler, weil wir sind halt auf so ner... Insel... Wir durchm Wald. So. Fällstens Dream. Vielleicht geh doch immer wieder mal zum richtigen Fest, dann bist du jetzt mal tot? Nein. Aber ich hab... Eh, so hättest du Rucksum, das kann ja auch wirklich gut. Haha! Wunderbar schöne Dachlein. Oh, scheiße, ich hab... Wo bist du? Ich lebe noch. Okay, du kannst auch gerne zurückgehen, wenn du willst. Ich bin aber gleich tot. Ich bin aber gleich tot. Besser, wer du stirbst. Ich ertrinke! Hilfen sie mir! Ich bin in Gefahr! Emmental ist alles weg, ne? Nein. Ich weiß, wir gehen eh scharmen. Und zwei, ich brauch Holz. Und zwei, ich brauch Holz. Ich hab 43 Holz gehabt. Ich hatte einfach 43 Holz mitgehabt. Ich fand scheiß Spaß, Mann! Was macht keinen Spaß? Nein, ich weiß, wir waren scheiß Spaß. Wie wärs mit einer... Was machst du jetzt hier? Was ist das denn? Aber wie wärs mit... Okay, bau's einfach ab. Das war der größte... Das ist ein Fehler, das ist ein Fehler. Guck, kannst du so in ein Bett gehen? Kannst du so in ein Bett gehen? Ah ja, Bett! Ich dachte, hier oben wäre noch ein Etage. Äh, wir haben keine Etage aufgebaut, aber... Ach so, warte kurz. Das mach ich eben nicht. Wir haben nicht meine Werke. Doch, doch. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich hol mir erstmal... Farmo jetzt erst mal Holz. Du holst dir einen... Spaß. Du holst mir einen Spaß? Nee, danke, heute nicht. Nee. Okay, ich hab ne Idee. Ja, ich fahr mal Holz. Inwiebel. Wir müssen dann wieder unter der Erde gehen und... Reisen farmen. Alter, ich hab einfach 45 Kohle mitgehabt auch, ne? Na ernst. Ja, ich dachte, fand ich scheiß Spaß. Ja, aber ich... Inmitarbarheit wäre ja schief. Ja, hast recht. Okay, das Namensschild war... Ich hab nur erfahren, Alter. Ja, Namensschild da kann man noch... Okay. Okay. Ist es okay, wenn ein Bett... Ist es okay, wenn ein Bett ein bisschen gibt? Hä? Hä? Was hast du jetzt kaputt gemacht? No form! Okay, ja, was? Hä? Hä? Was haben du jetzt machen? Was hast du kaputt gemacht? Nein. Komm mal. Äh. Nein. 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 Ich mach grad was. Ach, echt. Also diese Folge war man wieder so unterhaltsam. Wir haben einfach mal nix geschafft wieder. Nein esania. Es war, wir sind dran nicht vorbei. base notix geschaffen man. Die ersten 10, 20, 15 minuten war einfach nix. Da konnte man auch warten, ne? Ja, ich weiß nicht was machen soll einfach. Ah ja, wir benutzen kein Feed! Hä? Was ist nicht auch so ok? Ich sag's was? Soll ich sie meanwhile machen? Nein 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 nein, ich da师 du warst das? Sei jetzt so außer wir aufer zu regnen. Hä? er hatte ich ja kein baum ausbekommen doch genauer seit dass ich habe er war es ja genauer als würde ich bin ich werde nachher noch die es verschieden war nach dem Jahr vor allem ich habe eine zweite Folge hier in der dritten Folge hier ist und gut nächste Woche wird ja ich verraten was nächste Woche ich weiß nicht doch passiert also macht es einfach das geht doch das schicken er hat er kann noch einfach und die nächste Woche wollen wir eigentlich das hast du geschrieben auf dem set das war so wachsen geschrieben als wenn guck ganz ich hätte ja ne mache ich nicht keine Zeit dafür ja na klar also du musst mir sagen auch das was ich mache heute kacke hast du falsch antwort? äh gut holz kommt und geht ich weiß nicht ob das das war so das war so schicken wie immer du hast das hier wegmachen da hat sie eben äh ja so ach ich werde ich jetzt nicht scheiße äh was lecker und du sagst wir haben diese Woche nichts geschickt äh heute naja wow oh verbaut und verbaut und wieder verbaut und schon wieder verbaut ich hab das dach geklappt gemacht ich muss es ich muss es ich hab eigentlich ich hab eigentlich neiiiiiii die Treppe sind zu ihm aber irgendwie ist die Treppe da auch gut oder? ja Schüldi ist tot nein danke diese Bäume hinter dem Haus müssen weg sonst könnte ich spart achja ich bin ja kein Minecraft-Profi wie du ich bin Profi seit sahen ja du hast das beste Dach aufgebaut damals weißt du was? ja ich weiß ja ja du musst die aushöhnen du musst ok ich dachte du musst einmal in dein Leben lassen was denn? wie tach aus achso oh ja ja äh das sieht einfach kack aus wie ist das kacke guck mal wie guck mal wie guck mal was ist das hier das kann nicht schweben tja ja warte ich hab ne Idee ja oha mit das Holz finde ich geiler ok jetzt weißt was hier guck mal um ich wollte den Block ab ich wollte den Block ab such deine Sachen nie hier noch noch he 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 ok Sticks bitte eindammeln Sticks eindammel so jetzt werde ich unseres craften und dich geh ich für unsere Farbe oh mein Gott sie sind dumm wir hätten uns die Treppe gesparen ja egal jetzt wollen wir die Treppe wieder abbauen meinst du ob ich mal Tiere suchen soll bald warte dass wir nicht tiefer haben ey sei geiler das ist ein Hilfeset bei deinen Hilfeset? bei deinen Quarten du Quartest das ist mein ich brauch Holz ich brauch jetzt ganz 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 viel Holz ja ich hab nicht viel komm her komm ich hab bisschen Holz wie du hast nicht viel ey ich hab bisschen ey ich hab bisschen komm mal raus komm vor der Tür das ist ja ein Wunschkranz warte ich mach gleich auf die Sache die Niche ist hier Amazon liefert gerne ja hallo oh und jetzt sollst du eigentlich mal kurz mit mir kommen ach so ja boah mach fest kaputt ja übrigens heute Partner Lock und meine Hand ist jetzt auszusehen alle hey 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 okay reicht die Zeit und zwar komm mal gib mein Holz ja Problem ne kein Problem alles gut ich brauch kein Holz ok komm mal bitte nach oben besser ist es so ja ja gute Idee aber wir werden ihn natürlich benennen ja mach das mal gerne gar keinen Bock ich suche was anderes tut mir echt leid aber ich muss was anderes suchen ihm für unsere Farm für unsere Farm für unsere Farm für unsere Farm die ist schon lang genug die ist schon lang genug jetzt die ist jetzt schon lang genug ja ne ja ne hm wir müssen eh mal schauen ok ok dann machen wir hier das noch m m ne n ha 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 dunkler und die Warte ja alles macht um mich nicht mal auch noch was Ich muss mir sagen, ob du das gut findest. Ja, wenn du fertig bist. Ach ja, wir wollen auch Leute haben, wie wir uns spielen. Genau. Das war dumm. Das war richtig dumm. Cool, cool, cool. Ich hab's verkackt. Ich komme mal. Nein, ich hab's doch nicht verkackt. Endlich kann ich mehr weich zu anpflanzen. Hier ist es zu Ende. So, dann auch noch hier eine Kiste. Schön, Feld ist fast voll. Warte, jetzt kommt da wieder eine Kiste. Jetzt kommt da wieder eine Kiste. Das war dumm. Das war wirklich wieder mal dumm. Das war so hart dumm. Mache ich so. 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 Ich hab nichts gebaut. So. So. Und jetzt brauch ich noch einen einzigen Holzblock. Wir haben kein Holz mehr. So. 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 No. So. Johnson. Let's do it look like. Ja, ich muss ein Holz abbauen. Und danach kommst du runter. Hab ich gehört? Ja, hab ich auch gehört. Ach ja, auf den Manager-Account kommt auch bald ein Video. Und zwar wie ich eure Fixer cranke. Fall ich runter? Ja. Cool! Ich hab dich aufgefangen. Ja. Dieser wunderschöne Garten. Jetzt würde ich sagen, hau dran, dass mein Kiro probiert geht. Dann am Samstag, als Stream weiter. Oder als Video noch davor. Bis dann, wir hören uns. Ciao.